Musik Hey, mein Name ist Jonas Parnah, ich bin stellvertretender Stationsleiter der Station 07. Herzlich willkommen bei uns, schaut doch mal rein! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Station 07 ist eine beschützte forensische Rehabilitationsstation. Hier werden Patienten behandelt, die nach § 63 des Strafgesetzbuches untergebracht sind. Auf 29 Behandlungsplätzen bieten wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten an. Die Station 07 ist eine der ersten forensischen Neubauten am Standort Wiesloch und wurde 2006 in Betrieb genommen. Auf unserer Station werden Patienten behandelt, die einen hochstrukturierten und beschützten Rahmen benötigen. Von unserer Station aus werden Patienten entweder auf eine offene Station auf unserem Gelände verlegt oder es wird eine passende Nachsorgeeinrichtung für die Patienten gesucht. Es hat mich gefreut, dass ihr bei uns wart. Macht's gut. Ciao.